Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2. Wir waren hier dabei gerade hier die Stellung zu halten, oder? Ja, da kommen sie schon. Ah, Bienen, komm! Bienen, Bienen, alle lieben Bienen. Und? Ah, tot. Wow, 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 wow! Nein, 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 nein! Na, na, ja, das gefällt euch. Ich sehe es in euren leblosen Gesichtern. Kommt der her, wo kommt der her, wo kommt der her? Oh, 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 nein, einer von den fetten. Oh Gott, nein! Ein fetter Fettsack! Da! Oh, ein Speer. Speer, wo steckt der? Oh, an einer sehr unangenehmen Stelle. Ah! Wupp! Hier, ich kriege den vollen Speer! Bä, 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 bä! Vollen Speer! Hahaha! Ja, er stinkt an ihnen! Ich glaube, ihr seid allergisch, Freunde. Na, das nach meinem Geschmack. Ich kann echt keine Kohle sammeln. Hier, die Speere. Ich brauche sie wieder. Äh. Hi. Hey, girl. Ich wecke die Kinder auf. Sie sind kräftiger als sie denken. Mit ihrer Hilfe sollte ich das Wasser verdampfen können, damit wir alle hier wegkommen. Äh, hä? Ah, okay. Nur weiter... Psst, warte mal, warte, warte. So, wie du es mir gezeigt hast. Oh, warte. Wie so schnell ich kann. So, wie du es mir gezeigt hast. Oh, all meine Bienen. Sie vermehren sich. Du rettest sie nicht, Delta. Egal wie rein deine Absichten auch sein mögen. Die Erdoberfläche ist nicht das Paradies, sondern das Verderben. Es ist mir lieber... Ah ja, das... Die Erdoberfläche kann natürlich überhaupt nicht, äh... Hör zu, Vater. Schlimmer sein als das hier. Das hier ist ja das... Das hier ist das Paradies. Ja, ja. Eine Bedeutung erlangt sie nur, indem wir uns entscheiden. Wupp. Ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass Mutter dich mir noch einmal wegnimmt. Ja, willst du also verdammt sein. Der Blattmiet, Vater. Zeig mir einfach wo und ich helfe dir. Schon gut, schon gut. Ich mach's selber. Ich mach's selber. Ich mach's selber. Das ist kein Ding. Oder? Oh, warte. Ja, vielleicht... Vielleicht zieh ich's doch noch in Betracht. Wo ist denn der Fettsack? Da? Mann, ich finde ihn ja nicht. Die T-Rex. Ja. Was denn? Was soll ich machen? Da lang. Hä? Gut. Pff. Schreit irgend so ein... T-Rex. Warum eigentlich? Was hab ich jetzt... Ich wollte Bienen. Crap. Ja. Wenn du meinst... Das war die nächste Sprengladung. Wir müssen weiter. Wenn das Gebäude abstürzt, sind wir alle tot. Wo? Ich bin gleich weg von meinem Vater. Ja, ne? Das ist meine Tochter. So. Das... Sieht nach meiner Erziehung aus. Los! Weiter! Gott! Na weiter! Ey, ist die größer als ich? Wo? Doch nicht auf mich? Was tut die denn da? Boah. Bullshit. Das ist keine Reise. Ich werde euch keine Offenbarung haben. Alles, was ich euch sage, wisst ihr bereit. Was ist das hier? Das ganze Genie Raptures in sich vereinen. Als erste lebende Utopistin. Sie sollte der ganzen Welt dienen. Ohne eigene Interesse. Hallo! Zwingt man einem solchen Wesen ein Bewusstsein auf? Kappt man ihm die Flügel? Das war dein Geschenk an sie, Delta. Genau wie sie gehofft hatte. Du musst stolz auf dich sein. Irgendwie schon, oder? Du hast mir gar nichts zu sagen, ja. Ich gebe auf, wann ich will. Wach auf! Warum wachst du nicht auf? Ich bin wach. Dir nicht? Oh, ne. Da steht Leiche dran. Hey! Pass auf! Hier steht Leiche dran. Da steht Leiche. Das heißt... Die wacht nicht mehr auf. Ich sollte nur behilflich sein. Huh! Nein? Hahaha! Oh ja! Was? Mir? Sag nicht. Woah! Gib mir meinen Speer zurück! Die denn? Das ist hier mindestens! Ja. Warte. Surgery. Every eye for the wing. Hm. Ja. Good idea. This here. Money, money. Aha. Da. Surgery. Wop. Bop. 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 Check. Ha. 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 Äh. Ich hab ja keine Heckpfeile mehr. Was wär das hier alles? Ist noch einer. Oh. Da. Hier. Bitte. Bienen. Ah. Oh Gott. Wo ist der Speer? Wo ist der Speer? Oh nein. Alter. Wop. Bienen. Ah. Wop. Wop. Komm schon. Verrecke. Nein. Fallenspeer. Oh. Bull. Honky. Ah. Wohin. Nein. Nicht das. Nein. Oh. Ich hab ja Heckpfeile. Shit. Schwere Nise. Ja. Schwere Nise. Ja. Ist nicht gut. The people's child is coming. Bop. Nicht so hastig. 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 Heee. Da da da. Ah. Nein. Hier. Ich glaube. Hochhilfe. Hier. Girls. Hochhilfe. Hu. Keine Munition. Gott. Jawoll. Gif. Oh. Gif Spritze. Diese Big Sister Plasmid. Das verbraucht unheimlich viel. Oh. Oh. Hört sie das? Hatte ich ja gar nicht erwartet. Sehr unerwartet. Pediatric Walk. Wenn du fertig bist, gib mir wieder ein Signal. Wie vorhin. Drück den Ruf. Dann geh ich weiter. Womit, womit soll ich jetzt fertig sein? Scheiße, Mann. Oh. Bienen. Ich schick schon mal Bienen los. Dann finde ich heute. Hoppa. Hey. Oh. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Boah. Mehr Bienen. Ich glaube. Ihr braucht mehr Bienen. Oder? Hab ich den Eindruck. Come on. Wo? Hier. Hier. Oh. Oh nein. Girl. Was machst du denn da? Noch wer? Hallo. Ah. Zeichen. Okay. Äh. Wo? Oh. Der Pff. Bandskasten. Ja. Hier. Los. Ich glaube. Ja. Wir können jetzt zum Ballasttank. Ich kann das Wasser verlassen. Das ist eine gute Nachricht. Wir können weg. Wir müssen zur Dock-Plattform, Vater. Rasch. 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 Schaltet auf die nächste, in die nächste Episode ein. Die findet ihr oben rechts in der Anmerkung. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.